so man ansagen ansage hallo und willkommen zu raid of kings mit schnuckiputz und der nase hallo ich will sie sein bund zaubern sauber mal hinter dachte schon längst fertig hier man kann hier holzpalisaden bauen und spickste und und barrikaden wo ich hab meinen scheiß immer noch gefurte ich gibs jetzt auf kraft für einen brunnen dauert auch nur eine minute das ist natürlich ausgezeichnet dann haben wir hoffentlich eine unbegrenzte wasserquelle ich glaube auch aber ich glaube zum wasser nehmen brauchst du dann die kanne da gibt es nämlich nur eine gießkanne die ist so wie ja das ist eine gießkanne das ist glaube ich nur zum bewässern von ackerfläche so verstehe ich das zumindest ach so wir können doch gleich mal wenn ich jetzt den brunnen gleich habe können wir mal die wegbank erweitern ach so mhm upgraden mal sehen was wir dafür brauchen wahrscheinlich eine million von allen ne ich glaube nur ein paar gegenstände und dann wenn wir die upgradet haben dann können wir die feuerstelle upgraden zu einem ofen und wenn wir Metall finden können wir uns Rüstzeugen schmieden unglaublich weil ich wette wir finden kein Metall sondern Eisenerz oder so ja natürlich Eisenerz meine Güte ja also ne wenn dann musst du direkt bleiben dir tut mir leid geht doch du bist von Tag zu Tag immer umgänglicher ja ne muss er doch ein bisschen zurechter ziehen so ich stelle den Brunnen mal genau in unser leuchtet fehlt hier jetzt bleib mal boah das ist doch ein Riesending Alter der Brunnen oder was ja boah kann man wenigstens übersehen das ist doch gut jetzt kommt die Frage wo wir ihn nur platzieren können ah hier ah hier ja ich glaube du hast sowieso ne wahrlich unbescheidene Stelle fürs Camp gewählt weil da ist ganz schön viel Hang ja hab ich auch gemerkt aber das ist kein Problem wenn wir uns ein Gebäude bauen können wir den Boden ausgleichen ach so na dann Stein Stein oh Wasser ja man kann Wasser rausnehmen oder was echt jetzt ich muss mal hingehen den wir dann mal ausprobieren hier Produkt at the expense of charge ok occupied der ist besetzt open so was kann ich machen ich hab meine Dings her liegen lassen so Input ne Gießkanne das ist meine Output um mit Fettigungen zu beginnen füge bitte entsprechende Materialien in die Nischen ok ähm mal gucken ob ich irgendein Wasserbehältnis zum trinken äh eigentlich kannst du so die 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 Wassertropfen rausnehmen konnte ich das jetzt mal ok ansonsten was ich sonst auch gesehen hatte an der Werkbank äh beziehungsweise ah hier äh Ausrüstung äh das ist musizieren lautes Geräusch ne das will ich nicht angeln kann man angeln kann man ach so da muss man was rein tun damit man was rauskriegt ach so ah ja was ist denn das kk kk kohle oder was äh nach auf den Ofen ich glaube es gibt tatsächlich kein Wasserbehälter wie das kannst du so rausnehmen denn so holz aber wo denn hier muss man sehen wie man Kohle macht ja alles klar ähm man muss Holzkohle reinpacken um äh das wird und die Holzkohle wird dann als Filter benutzt um äh sauberes Wasser rauszukriegen mhm wie macht das alles klar ja da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie eine Kühlerei oder sowas ne hier Holzkohle wird gerade hier gemacht ah alles klar du 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 packst Holzkohle rein und das brät er da ah cool jetzt muss ich mir wieder Holz sammeln ah ok da muss man einer den gegen die Feuerstelle im Auge behalten ah man kann die Bergbank auf äh rüsten zur Gerberei genau das mach mal da kann ich mir schon mal eine Lederrüstung machen 150 Flax 270 Holz und Holzspalten ja das ist ja das ist ja was fehlt mir Flax wahrscheinlich ja ich hab keinen Flax wie viel brauchst du denn? ach ja 160 hast du gesagt äh 150 270 Holz und einen Spaltleder hab ich auch nicht dann sammle ich mal Holz und Flax und zum Scheiß ich hab 200 Flax ja sehr schön komm mal her ja das ist ja hässig ich bin auf dem Wege java bitch java java so schon mal gar nicht warum nicht? wir sind deutsch widersprichst du etwa einem Mann? ja hih alter boah ich schwirr'n Wolf das haben wir schon mal ein paar Steine die ich dir da in den Kopf werfen kann der böse, böse Wolf ich mach dich tot 48 Leben genau da lauf weg Alter Stein bleibt ne komm mit so nicht bleib komm mit ne du flax 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 hat schon jemand da rausgefunden was man mit Blumen stellen kann? nö weiß noch keiner glaub ich so wir haben schon wieder elf äh äh 270 holz hast du gesagt dann? dann sag ich noch weiter holz boah ich mich noch mal für Durst go for it go for it go for it hol dir mal einen Karotten rein was muss denn jetzt hier gemacht werden? wir machen für was ist das denn für den Blumen? ist das auch nur eine Blume oder ist das ja das ist ein Blumen wir machen jetzt die Gerberei äh die Bank zur die Werkung zur Gerberei kann ich hau dich kaputt Q oder E drücken? E? E? hast du denn alle Ressourcen schon? Alter wie viele also ich hab mit ne Menge Flachs wie viele soo wie viele Schläge hält denn so ein Kaninchen raus? ne Menge? der hat gerade voll mit der Steinaxe dann auch gekriegt und er hat's überlebt ich komme runter zu dir gib dir das Holz und dann musst du eigentlich nur das Holz nehmen und dann wieder auf die Werkbank und dann auf Upgraden drücken Einer! wo ist das Kalickel? da! Mann! aber sollte doch hier was Upgraded werden oder nicht? mhm entweder gibst du mir das Holz äh das Flax oder ich gib dir das Holz wie mach ich denn das? oooo Kanickel guck mal der sack da das Holz jetzt Kanickel sind Arschläcker ich kann's nicht aufnehmen ach jetzt Flax so Holzkohle mach ich schon mal Holzkohle in den Brunnen? und was ist jetzt? äh die Werkbank? drei Minuten braucht der Brunnen für Wasser machen so jetzt gehst du Werkbank ja und dann hast du unten links machst du erstmal mit E open und dann hast du unten links irgendwo so Upgraden stehen äh ah Karotten, geil ja und dann you don't not have du hast nicht genug was fehlt denn da noch? weiß ich doch nicht weißt du doch nicht komm wir mal ein guckern was ist das? hab ich nicht aber ich dann geb ich dir doch mal eine Lederhaut machen wir sie denn bitteschön danke ui hier sprichst du Flax Flax und Flax berate ich mir doch erstmal ein altes Herz oder wo? berate dir ein altes Herz Stein ah ich sammle schon mal Steine dann erweitere ich den Ofen äh warte mal Steine habe ich gerade 750 brauchen wir äh ich kann 362 dazu stoßen dann sammle ich immer weiter ich hab 35 ich hab nur 83 der Brunnen hat grad schon wieder die 350 aufgesaugt jetzt kann ich auch immer noch ein bisschen hacken hier achso das funktioniert mit Wassersammeln eigentlich hab ich gerade nicht so gerade gemacht dauert noch ein paar Minuten ok aber hat geklappt cool da musst du Holz in die Feuerstelle legen dann kommt dann äh Kohle raus und die Kohle kannst du dann so in den Boden legen jo ach so ach 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 lass mich leben bauen so so upgegratet upgegratet ja dann glaube ich kann ich mir jetzt auch mal eine Rüstung machen das ist ja unfassbar wenn ich sogar genug Leder habe kann ich äh euch allen Leder geben Geil. Schau mal. So. Nee, anders. Oder so ähnlich. Oder sie oder was? Nee, nee. Ich bin total dagegen. Okay. Uff. So. Ja. Alter. Stöhnen da so. Ich? Ich stand gerade so halb im Ofen drin. Warum machst du nur sowas? Aus Gründen. So, ich brauche erstmal Fuel. Vier Flax fehlt mir jetzt. Ich hab Flax. Oder? Warte. Ah, okay. Ich kann nur eine gewisse Menge auswählen. Kannst du mir mal vier Flax geben? Wärst du so lieb? Mach ich denn das. Du gehst ins Inventar. Inventar. Gehst du Flax und dann ziehst du es einfach mit aus dem Feld raus. Mit der linken Maustaste. Danke. Ich will nur zwei haben. Der Rest kannst du dir nehmen. Dankeschön. 550. So. 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 Leder. Sexy Leder Outfit. Wow. So. Mal schauen. Hier drinnen wird gerade Wasser hergestellt. Oh, da ist Wasser da. Guck mal meinen Outfit an. Hier ist Wasser fertig. Ich. 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 Ich glaube das jetzt. Zack. Hast du alles jetzt genommen? Ja. Alles. Oh. Warte. Du blöder. Oh fuck. Ich bin fast tot. Na egal. So. Erstmal kurz ausprobieren. Ob ich da mit dem Loch anfangen kann. Du kannst das trinken gleich. Meinst du? Mh. Drinking? Sagt er? Ja. Cool. Oh. Oh. Okay. Hui. Das bringt auch echt ne Menge.